Всем привет! Сегодня четверг, разумеется. С вами Russian for Life. Сегодня, к сожалению, без Саши. Сегодня я, Юлия и со мной рядом мой коллега Дима. Будем приветствовать вас, 20 вечера. Вы знаете, наш адрес, 106.5 FM. Будет интересно. Liebe Freunde von Russian for Life, mit Юлия, mit Дима, mit mir heute Abend ab 20 Uhr bei Lernherz 106.5. Sie können uns gerne anrufen, unter nummer 51277, 4xG2. Und natürlich, es wird spannend, es wird heute sehr, sehr spannend. Also, anschalten ab 20 Uhr bei Lernherz 106.5.